hallo ihr da draußen schön dass ihr da seid bei uns im garten gibt es ein vogelhäuschen und in dem vogelhäuschen da brütet jetzt ein blaumeißenpaar das ist so spannend zu beobachten dass ich mir überlegt habe ich möchte mir für meine fensterdekoration ein vogel im nest machen da gibt es als vorlage zwei seiten einmal fliegt der vogel in die richtung und einmal in die andere richtung die eine seite heißt rückseite und die andere ist die vorderseite wir müssen beide anmalen und da ihr wisst ich male gerne mit wasser mal haben wir malen mit wasser mal farben aber ihr könnt natürlich wie immer filzstifte buntstifte wachsmalstifte nehmen oder auch finger farben man kann auch nur das ganze ding so einschmieren mit finger farben es wird immer schön ich habe noch nie ein schlechtes gesehen so dann lege ich jetzt mal los ich fange mit dieser seite an braucht natürlich ein stückchen zeitung damit ich keine sauerei auf dem tisch habe das ist die kinderseite so wasser haben wir insel haben wir schnabel zu viel wasser gleich ein bisschen weg tupfen damit das nicht so überläuft also weniger wasser bitte mein vogel wird wie immer ganz bunt weil ich das mag da seht ihr das noch ein bisschen orange mein pinsel drin das ist ja prima und dann nehmen wir noch ein bisschen ganz bisschen wasser ins rot und dahinten macht versuchen wir mal ganz rot zu machen genau aber habt ihr schon mal mit finger mit wasser farben gemalt das geht nämlich auch gut nehmen lila und dann kann man das nämlich so ein ein massieren in das papier muss man ein bisschen dickeres papier haben könnte auch das grün ist noch nicht sehr nass dann muss man ein bisschen länger rühren ganz transparent jetzt gehen wir wieder mal auf den pinsel zurück nur mal so eine idee falls ihr mal was anderes machen wollt eine dicken sieht natürlich nicht aus wie der vogel der bei uns draußen im garten ist guck mal pinsel ist mehr wasser immer drin wie an meinen fingern die vögel bei uns im garten die schleppen da ein zeug rein in das haus das ist unglaublich gestern war hatte der vogel der eine vogel so viel im mund dass er gar nicht in das loch reinpasste der flattert und flatterte und versuchte da in das loch das zeug rein zu transportieren und es ging nicht naja dann ist er halt auf ein ast geflattert und hat ein paar sachen runterfallen lassen dann hat er ist auch eingepasst vorsichtig um die eier rum so prima naja vogeleier sind nie ganz weiß haben wir gelesen manche vogeleier sind sogar rosa rosa geht mit ein bisschen wasser fast wie ostereier aus und abtupfen damit es wirklich rosa wird so und dann haben die oft kleine punkte und dieser vogel den ich jetzt hier habt er hat eier mit rosa ähnliche eier mit der erste vogel ist fertig jetzt muss er trocknen jetzt kommt die andere seite das ist jetzt zuerst rücken dann das ist ja egal den kann ich genau gleich anmalen aber ich kann ihn auch anders anmalen jetzt sind meine vögel getrocknet und mein nest jetzt kann ich ans ausschneiden gehen die vögel habe ich schon ausgeschnitten ein nest habe ich schon fertig das andere lässt wollte ich zeigen wenn man jüngere kinder hat nicht unbedingt wert darauf zu legen diese bögen zu schneiden das ist nämlich nicht so einfach jüngeren kindern zeichne ich einfach ansatz schneide eine wolke aus so generell mache ich das das ist sowieso für mich auch so weil die kleinen bögen auszuschneiden mit so viel papier drumherum sehr sehr schwierig ist wenn man jetzt möchte kann man genau die bögen schneiden ähnlich wie beim dreieck immer von außen in die spitze bis es runter fällt da haben wir schon und es muss auch nicht wie man jetzt hier sieht so ganz super genau sein sondern ungefähr aber man könnte das nest auch so lassen wie als eine wolke einfach nur da wo farbe ist ausschneidet großen bogen mit schneidet jetzt lasse ich das mal so den rest kann ich immer noch nachher ausschneiden das müsste jetzt wenn ich das so hin lege müsste dieses nest da so drauf passen ja das ist ganz gut wenn ich den vogel umdrehe dann müsste der vogel jetzt da drauf passen auch ganz gut wenn es ein bisschen unterschiedlich in der größe ist das macht nichts das können wir alles noch wegschneiden jetzt brauchen wir ein stück faden zum aufhängen nehmen wir die noch mal weg alle beide da lege ich meinen faden hin jetzt könnte ich schon hochheben so aber die rückseite ist ja weiß deswegen haben wir ja zwei vögel angemalt nehme ich den kleber und schmiere den vogel ein was klebe ich auf den vogel natürlich den anderen vogel drauf kleben dasselbe machen lässt so ziehen lässt also aufeinander geklebt wenn man will kann man jetzt noch fertig ausschneiden und nachdem ich jetzt so lange geschnitten und gemalt habe und gewartet habe dass es trocknet ist mein vogel mit seinem vogelnest fertig und während der zeit sind die vögelchen draußen im garten auch fleißig ihr nest anbauen ich hänge das ins wohnzimmerfenster dann können sie das sehen dann wissen die was sie zu tun haben wenn euch diese bastelanleitung gefallen hat einen daumen hoch ist gut wenn ihr mehr sehen wollt es kommt vieles vieles mehr abonniert den kanal ansonsten wünsche ich euch eine schöne zeit einen schönen frühling bis zum nächsten Mal